Tag heute ist Freitag der 15.04.2016 und mal abgesehen davon dass ich keine ahnung habe was ich heute erzählen könnte aber ich irgendwie auch überhaupt keine lust zu filmen also wird das vlog wahrscheinlich sehr kurz genauso wie morgen übermorgen weil morgen übermorgen habe ich 12 uhr dienst aber mal sehen wir gehen jetzt erst mal mit dem hund an den strand dann mal schauen was noch passiert wenn mir noch was einfällt sage ich noch was ansonsten sehen wir uns zur verabschiedung wieder so kommt mir jetzt alles war ich wieder auf euch jetzt stimmt doch nicht er hat auf mich erwartet jetzt bringen sie den großteil der strandkörper wieder an den strand jetzt ist er noch hockey gegangen jetzt macht das aber wisst du Mone alle die dich sehen und denken macht die das für Verrenkungen oder so ne sind dann diejenigen die danach auf Flicker gehen und die deine Bilder sehen und denken wo was für geile bilder wenn man gute fotos machen will muss man auch mal sich in dreck packen wobei heute ja nur kein dreck ist aber muss man machen oder einfach mal die perspektive ändern so wie der typ vorhin mit seinem kind der hat er erst immer so schön im stehen die fotos gemacht von seinem kind so ein bisschen von oben herab sieht halt immer doof aus mit kinderfotos musste auf augenhöhe gehen also runter mit marsch oder ganzen auf der erde genau meine schwester ist eis essen es ist da bin ich neidisch aber natürlich gönne ich ihr den spaß und das leckere eis in heringsdorf ich muss zur arbeit und deswegen war es dass wir heute ich habe auch keinen bock mir irgendwas zu filmen heute und naja naja wie auch immer ich muss zur arbeit vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis zum nächsten video tschüss ich bin müde und ich meine damit nicht dass ich schlafen muss